Platzhalteraufgaben Hallo liebe Kinder, wir wollen uns heute mit Platzhalteraufgaben beschäftigen. 54 plus wie viel ist 87? Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu rechnen. David rechnet so. 54 plus 6 ist 60. Plus 20 ist 80. 80 plus 7 ist 87. Der Unterschied von 54 bis 87 ist 6 plus 20 ist 26. Plus 7 ist 33. Plus 33. Simone rechnet so. 54 plus 30 ist gleich 84. 84 plus 3 ist gleich 87. Der Unterschied von 54 bis 87 ist 30 plus 3. Plus 33. Bei der Nummer 3 rechnet Nina ein bisschen anders. Sie rechnet zuerst 46 plus 30 ist 76. Dann rechnet sie nochmal minus 2, um auf die 74 zu kommen. Der Unterschied von 46 bis 74 ist 30 minus 2 plus 28. Probiert aus, wie ihr am besten zurechtkommt. Viel Erfolg! Viel Erfolg!